Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zum Kalendervideo für den November 2022. Ja und ich starte hier ja schon mal bei einem Kalendertier, ja den Goldfasan, denn die habe ich schon. Das heißt, ist für mich klar, ich habe was zum Tickets tauschen. Gut, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lang, wir legen los. Ich habe für euch auch ein bisschen gerechnet und ja, im Endeffekt mal alle Diamanten wieder zusammengerechnet, die wir diesen Monat zu kriegen können. So, ich würde sagen, wir starten wie immer mit den 2000 Goldmünzen. Ich habe heute Morgen noch gesagt, mal sehen, was wir im Kalender haben. Bestimmt die 2000 Goldmünzen zum ersten. Ja, die sind irgendwie immer da. Okay, dann wird es weitergehen mit einem Trog oder zwei Teilen für einen Trog und zwar für die Savanne. Und die würde ich sagen, haben so etwa einen Gegenwert von, ich habe mal aufgeschrieben, sieben Diamanten. Dann bekommen wir natürlich über den Verlauf normal, wie immer, ein paar richtig Diamanten, ja. Gut, und dann geht es weiter mit den epischen Tonen oder mit einer jedenfalls, die einen Gegenwert von 29 Diamanten hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und dann gibt es halt, wie schon gesagt, die Goldfasane. Das werden insgesamt sechs Teile sein. Also bitte vorher vervollständigen, wer sie noch nicht hat, dass ihr auch zwei kriegt. Ja, und dann geht es weiter wie jeden Monat je ein Zoohelfer, also der Gärtner, der Müllmann und der Tierpfleger oder die Tierpflegerin. Und jeweils für sieben Tage. Und wenn ich mich nicht vertan habe, hat ein Tierpfleger ja einen Gegenwert von 14 Diamanten, sodass wir da schon mal einen Gegenwert von 42 Diamanten insgesamt haben. Und das ist doch mal eine ganz nette Geschichte. So, und dann kommt der Tiger-Eltes. Ja, das werden insgesamt auch sechs Teile werden. Also auch da vorher vervollständigen, ne. Und den hat man mal bekommen, wenn ich richtig recherchiert habe. Berichtigt mich gerne in den Kommentaren. 2020 zum Muttertagsevent. Ich habe keine Ahnung, warum ich den nicht habe. Eigentlich habe ich da schon äußerst exzessiv gespielt, aber wahrscheinlich nicht genug Herzen oder was auch immer gekriegt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Na, jedenfalls, den habe ich nicht. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, dann bekommen wir einen Spielhügel für Steckengehege im Gegenwert von 12 Diamanten. Ja, Truhenschlüssel und zwar fünf Stück. Und die haben tatsächlich auch jeweils einen Gegenwert von fünf Diamanten. Also 25 ist doch, glaube ich, eine ganz nette Sache. Ja, dann gehen wir hier mal weiter zu Sachen, die wir noch nicht aufgezählt haben. Zu der Retro-Truhe. Ja, die 39 Dias kostet. Dann bekommen wir 750 Tickets. Also auch das ist üblich. Also es gibt ja so Sachen, die sind immer so. Ja, und dann geht es quasi schon Richtung Ende mit der legendären Truhe weiter im Gegenwert von 49 Diamanten. Ja, dann seht ihr das? Die Wasserstelle für den Dschungel-Teil kriegen wir jetzt, also für den Dschungel bekommen wir zwei Teile so rum. Und ich denke mal, dass diese circa einen Wert von 23 Dias oder sowas haben. Ist schwierig. Nee, eigentlich mehr. Aber gut. Ich habe es jetzt einfach mal so als Pi mal Daumen wert genommen. Ja, dann, wie gesagt, die letzten beiden Tiger-Iltis-Teile und dann sind wir auch schon durch. Dann gibt es ab dem 26. jeden Tag einen Diamanten. Sie werden geiziger. Es gibt keine zwei. Es gibt nur einen. Okay, zu Weihnachten gibt es dann vielleicht wieder mehr. Nächsten Monat haben wir ja schon den Adventskalender. Ich freue mich schon drauf. Ja, das heißt, wir kriegen insgesamt 20 richtige Diamanten. Also, ja, Diamanten halt. Wenn wir uns jeden Tag einloggen. Und der Gegenwert aller Items, die einen Diamantenwert haben, außer die Tiere, die habe ich jetzt mal rausgelassen, weil die können wir ja nicht kaufen. Also, das sind 240 oder so in dem Dreh. Weil so Pi mal Daumen irgendwas wird so der Gegenwert an Diamanten sein. Und ich finde, das ist doch schon mal recht ordentlich. Also, damit können wir gut leben. Weil wir ja immer meckern, dass wir zu wenig Diamanten haben. Ja, gut. Ich meine, solche Sachen kann man ja durchaus auch eintauschen. Aber gut, Diamantensachen tausche ich ungern ein, wenn ich ehrlich bin. Ja, das heißt, der November bringt wieder einiges. Ja, ich denke, wer den Goldfasan nicht hat, war ja sonst ein Truentier. Finde ich eine gute Sache. Ja, denn nicht jeder hat viele Truen durch die Akademie. Und deshalb finde ich, das ist eine ganz nette Geschichte, wenn es die Tiere dann auch mal über den Kalender geht. Auch wenn man sie schon hat. Hat ja nicht jeder alle Tiere. Gut, über den Tiger-Eltes freue ich mich natürlich. Ja, das heißt, zum Ende des Monats wird das Gehege denn auch verwolltet. Vervollständigt, also nicht vervollständigt, sondern wenn ich zwei Tierchen davon habe, freue ich mich. Die sind voll knuffig. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeigewesensein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020